Telefon. Äh, excusee, suchen Sie etwas? Ähm, ich würde gerne ins T5. Hat es noch einmal zum Steigenhaus? Aber kommen Sie doch in den Lift. Das ist doch kein Problem. Nein, nein. Da habe ich ganz schlechte Erfahrungen. Ah, das ist aber technisch überhaupt kein Problem. Der Glocke hier und das Handy habe ich im Saat. Äh, kommen Sie doch! Das ist doch... Ja... Ja, in Form. Also ich... Sehen Sie, das geht doch Pest jetzt. Was ist jetzt los? Recht Angst steckt jemand rein. Und wieso gehen die Türe nicht auf? Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass der Lift nicht weiter fährt, bis Sie Ihre Konto angaben und das Passwort durchgegeben haben. Was ist jetzt? Ich schnau... Ich schnau... Ich muss sofort eine Technik anwenden. Das ist eine unböde Sinn. Was machen wir jetzt? Das haben wir Gott nicht. Ach, die verdammte Technik! Wir machen einen Alarm. Halt drauf! Halt drauf! Wir sind im Lift. Schicken Sie sofort einen Techniker hierher! Unser Lift bleibt stehen! Es ist einfach total... Hilfe! Bitte nennen Sie Ihre Kontoangaben! Ich mach mal... Also, meine Kontonummer ist 12... Ich kann es nicht sagen! Können Sie nicht sagen! Hört Sie mich! Ich will hier raus! Hört Sie mich! Hört Sie mich! Aber das ist eine Erpressung! Mein Anwalt wird jeden Moment kommen, wenn ich dem anrufe, wenn wir draußen sind. Ja, ohne Empfang! Meine Kontonummer ist 1 1 2 3 0 0 5 0 7 und das Passwort ist 4 2 9 3 2 9. Hallo! Jetzt machen Sie doch mit! 0 5 9 7! Wie? Seine Kontonummer ist 7 2 9 3 2 9 und das Passwort? 75! 75! 75! Besten Dank! 1 5 1 5 6! 1 6 6! 3 7! 7! Untertitelung des ZDF, 2020